Also das Tuch ist sozusagen der Beginn für Bobby, dass es jetzt losgeht. Dadurch weiß er jetzt, wird sozusagen gearbeitet. Komm her, hallo. Aus. Was sie dort halt lernen, ist erstmal, dass zum Beispiel sie in Kontakt kommen, so mit Rollatoren und Rollstühlen und Krücken und solche Sachen, dass sie sozusagen damit Erfahrung sammeln. Was er nicht so richtig gelernt hat, ist, Leberwurstbrötchen auf dem Boden liegen zu lassen. Neulich waren wir bei einer Frau, die halt nur noch im Bett liegt und leider gar nicht mehr wirklich kommunizieren kann. Und die hat halt dann so ein Laut von sich gegeben, als sie den Hund gesehen hat. Von den Betreuern habe ich schon gehört, dass einige doch was gezeigt haben, was sie seit Monaten nicht mehr gezeigt haben. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020